Du möchtest an einer internationalen Messe in Deutschland teilnehmen, an einer IFA, an einer ITB oder Grünwoche und du suchst Fördermittel dafür, für die Kosten an dieser Messe, dann bist du heute hier richtig bei dem Messeprogramm für junge und innovative Unternehmen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Wir helfen jedes Jahr eine ganze Reihe von Unternehmen dabei, Förderprogramme zu finden und erfolgreich zu beantragen. Und dieses Programm, das bezuschusst deine Messekosten bis maximal 12.500 Euro gesamt und davon 60 Prozent. Und 60 Prozent von 12.500 Euro sind 7.500 Euro, die du geschenkt, die du bezuschusst bekommst. Die Voraussetzung ist aber, dass du 40 Prozent von den Gesamtkosten selbst bringst. Also im Höchstfall müsstest du 5.000 Euro Eigenmittel nachweisen. Wer kann nun dieses Förderprogramm beantragen? Nun, die gute Nachricht ist, dass das Limit relativ weit oben ist mit zehn Jahren. Das heißt ja, ein Unternehmen sollte nicht älter als zehn Jahre sein. Und das betrachtet die BAFA noch als junges Unternehmen. Eine wichtige Voraussetzung ist aber, dass du bei der Teilnahme mit einem Messestand dir den Stand mit anderen Ausstellern teilst. Also einen Gemeinschaftsstand hast mit insgesamt zehn Ausstellern. Und auch wichtig ist, dass dein Produkt oder deine Verfahren, die du auf der Messe anbieten willst, dass diese innovativ sind. Innovativ heißt, etwas Neues als Produkt, etwas Neues als Verfahren, was es so noch nicht gibt. Wenn du dieses Programm nun beantragen willst, dann laden wir dich gerne ein, entweder direkt über die Webseite dich zu erkundigen oder auch gerne den Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Und wir begleiten dich gerne dabei, die Antragstellung richtig zu machen. Auch die Abwicklung der Nachweise der Eigenmittel, das alles BAFA-konform abzubilden. Dafür gibt es auch noch Fördermittel für unsere Beratungskosten von mindestens 50 bis 90 Prozent, dass wir dir unsere Expertise zur Verfügung stellen. Gerne kannst du nun einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber kannst du auch unseren Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.